Oh nein! Oh nöööööööööö... Die Bank! Nöööö, wieso der gerade da? Hahahaha Den Sohn hast du von deinem Sohn geklaut, warum denn da? Hahaha Das ist die schlimmste Rank Map, die geht, ey! Aber euch noch viel Spaß! Danke schön! Ciao! Ciao! Uhhh, Blitz! Ach ne, alles richtig! Jetzt weiß ich gar nicht, wer ich nehmen soll! Montagne? Ähm... Maverick? Ach ne, hier, Jekyll, natürlich Das ist doch der B, A, so Dann haben wir eins dabei P, R, D, Rayak Wer Rayat? Dann wird eh Cavera gebouren Kann man ja wieder nix gucken hier Ja, das könnte Cavera sein Ja, das könnte Cavera sein Ja, ist aber auch egal Weil Cavera ist echt auch für den Arsch mittlerweile Die Pistole ist so scheiße irgendwie, ich weiß nicht Wobei man nicht gelesen hätte, dass jetzt Groß was geändert hätten an der Pistole, außer diese Drop Distance, aber Ja, was die Drop Distance angeht, ist die Waffe ja sogar besser geworden Ja, fällt sich aber nicht so Vielleicht haben sie auch bei der Drop Distance Irgendeinen Scheiß gemacht und Nicht nur den Effekt, den sie wollten, sondern auch Irgendeinen anderen Quark reingebaut Naja, wenigstens sind wir jetzt ordentlich eingespielt Wenn wir Ranked spielen, das ist halt nicht verkehrt Jetzt sind wir schon schön müde, wenn wir Ranked spielen Genau, richtig Ich fühl mich immer noch munter Dann tust du es mal schon carryen jetzt Dann machen wir alles allein Wenn du wach bist Trotz, dass es am Ende des Tages immer noch ein Teamspiel Jetzt fängt er nämlich schon an zu relativieren Man merkt Bereitet seine Ausrede schon vorher Sag mal Gunnar, wie war das jetzt eigentlich, wenn Der fünfter Freitagabend diese Woche Wie ist es denn Ich hatte schon relativ viele Freitagabende Diese Woche habe ich gesagt Der fünfter Freitagabend diese Woche Ja Wie ist es denn so, wenn du jetzt rausfindest Das ist wirklich der richtige, echte Freitagabend Es ist überraschend Weniger geil, als ich gedacht hätte Aber es ist schon geil Überraschend Es ist nicht schlimm, dass ich es nicht verstanden habe, oder? Ne Obwohl, weiß ich nicht Ne, der Gunnar hatte mir gestern gesagt, dass er schon Zwei, dreimal die Woche das Gefühl hatte, dass es Freitag Eigentlich seit Dienstag Jetzt habe ich ihn gefragt, wie es ist Der echte Freitag ist Eigentlich auch bescheuert, wenn man den Eleby-Hologramm scannt, müsste auch Eleby Entdeckt werden, ne Weil wer soll das sonst dahingestellt haben Genau wie bei den anderen Gadgets Ja, wenn Kapkan fallen, scannt und so Müsste man hier auch Kapkan aufdecken Es müsste hier so viel passieren, ne Okay, jetzt alle drin Meinst? Ist weil dein Ding zerschossen wurde? Kann auch Zufall sein, probier es nochmal He, da war ich nicht Da ist einer auf dem Flur Aber der ist jetzt Tot Frost war das übrigens, Vorsicht, der letzte Unbekannte war Frost Ja, unten in der Eingangshalle ist einer Doc Klasse Achja Marc rechts im Putzraum, da Das Eleby drin Mit Das ist einer Treppe irgendwo Aber noch weiter durch Fahrstuhl Mh Mh Putzraum Ja, da war auf jeden Fall Eleby, der hat mich ja getötet Das war ein Premium-Werfer Ja Das war ein Premium-Werfer Achja Achja, wir müssen ja dreimal angreifen Genau Entschuldigung, hab ich kurz vergessen Tja Tja, dann sind sie jetzt wahrscheinlich im Keller, oder? Obwohl Küche und Wohnen nehmen sie auch gerne, ne? Ja Der Pferdeschänder Der Pferdeschänder Entschuldigung, wenn ich hier unten bin Ach, der ist nicht aufgedeckt Ach, der ist plötzlich ne Familie Hm? Okay, Archiv sind die Wände noch nicht alle verstärkt Eine ist noch frei You found a bomb Make your way to its location and defuse it Hm? Hm? Mein Eleby-Hologram Drauf geschossen Haben die an der Seite aufgemacht? Oben, die Balkontür haben sie aufgemacht Ah fuck, scheiße Hab ich die ganze Zeit gedeckt und wenn ich mal drei Sekunden nicht mehr hinguck Einer ist oben im Glasdachflur auf jeden Fall Sie ist die Treppe runtergelaufen, ich hatte gesehen Aber einer ist da noch in der Nordostdecke Klappt der mir nicht? Ne, in dem Moment war es schon zu spät Passen Sehr gut The defuser has been secured Hm? Okay Ist er noch aus dem Down? Hm? Okay Ist er noch aus dem Down? Wurde ich da nicht wieder hoch oder was? Wieso kann ich mich da nicht wieder hochseilen? Wieso kann ich mich da nicht wieder hochseilen, wenn man da runtersteht? Oh, das ist so behindert, ey Da kann man doch hoch aufs Dach Wieso kann man sich da nicht hochseilen? Dann wär ich von drinnen weggeholt, ey Ne, ich glaub, das wird ganz finster Hm Ja klar, wenn ich jetzt drei Sekunden an der Wand rumpimmel, weil ich mich nicht hochseilen kann Dann... Das Spiel ist so am Arsch, ey Das Spiel ist so am Arsch, ey Ich hätte doch einfach oben reingehen sollen Ich hätte doch einfach oben reingehen sollen Es wäre auch blöd, da wieder runter zu sollen Der Keller Der Keller, ja Der Dron hat eine Bombe Be advised, der Dron hat eine Bombe Ja Hahaha Mein Freund, was ist los? Der Dron hat eine Bombe Der Dron hat eine Bombe Leck mich doch am Arsch, ey Der ist nach rechts gelaufen, ey Der ist was ein Schwachsinn, ehrlich Und oft soll ich den noch hinten? Pfff Pfff Schallig, ey Angsthaft Na klar Prost ist doch nichts Pfff 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 Das war der Wiesel. Doc war auch oben im Putzraum. Einer ist im Archiv oben. Das glaube ich ist eh egal. Was kommt denn einer rausgepimmelt? So zum Beispiel. Archivtyp ist weg. Ach hinter der Bombe, ich habe zu spät gesehen. Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Hinter der Bombe hat er gestanden. Ich habe seine hässliche Fresse gesehen. Oder seine hässliche Gasmasse. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ja, ich habe ihn nicht gesehen. Das war der Wiesel. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. mistisch klar haben wir heute schon ein paar mal geschafft ich kann noch nix 0 2 haben wir geschafft der muramasa der rest ist scheiße na gut zwei drohen habe ich ein paar mal ein paar mal ein paar mal der 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 die 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 draußen haben sie schon alle kameras weg geholt das heißt hier haben wir schon alle spawnpoints gerade in im hauptraum schon weg geholt aber ich frage mich wie ok ja natürlich ein schuss und ich liege ich holz auf die traufe sie schießt einmal vergessen habe ich eh schon gemeldet hier die 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 haupt halle nordwestseite da ist einer wo war das markt alt ist im seiteneingang da hinten so genau da ja da sind ja schön das hast du siehst? ja so da ist ja keiner mehr oben welcher also ich bin im seo da ist keiner aber hier habe ich wohl grad gedroht hier deswegen ich mich jetzt auch nicht so weit weg bewegen hier höre ich irgendwo irgendwo mit Fahrstühlen oben höre ich was ja ja da 15 15 Sekunden 10 Sekunden left 5 Sekunden left 1 on 4 remaining Come on Time limit reached Oooo knap Okay Wenn ich jetzt in den Keller gehen Eigentlich greifen die ja fast immer den Serverraum an Normal schon, ja Ich würde also meine Legion fallen möglichst da verteilen im Serverraum Das würde dann da ein bisschen Zeit gewinnen Auch wenn die reinkommen Und so an die an die Punkte setzen und immer gerne plant Jetzt hier nochmal reintrampeln oder so Was ich meine? Ja Ist so Mein Oh, ist die Armor Oh, wirklich der Sack, ey, die fettische Scheiße An disso Amor, habr나? Amor? Zwei drohen hab ich ich hab noch eine weißt du mit armor was ist das für ein vogel der affe ist hochgerannt 3 habe ich erwischt auch eine scheiße läuft schon vorsicht wir sind mit kopf jagen idiot und der schon keine tunnel kommen welche er tun und der marke mit fahrstühlen oben sind immer welche irgendwo hier glasdachflur wirklich wird und zudel sind es wieder abgehauen Marc, bleib mal stehen, bleib stehen Ja Ah, im Tunnel sind wieder welche Ok, ich bin in den Tunnel mit am Abdecken Hier fliegt eine Heilung immer noch rum Echt? Mh, im Zeitenloop, ganz langsam Bist du denn die auch im Gang oder was? Wir sind noch im Gang, ja Ich bin in meine Legionfalle gelatscht Rook ist weg, ne 20 Sekunden am Ende Ah, fuck, Treppe Treppe habe ich Fuck habe ich hier Ich habe Bug erwischt Diffusor am Pink Treppe aus Das ist, äh, sportlich Mh, mh CEO können sowieso nicht von oben kommen, ne Ja Ganz gut Das Pub-Office, das finde ich nicht so gut Da können die, haben die, sind die draußen direkt am Fenster Und Wenn es nur das Pub-Office wäre, was halb so schlimm war Die Küche auch noch mit Riesen-Wandfläche Und das ist gleich alles gesichert Ja Es ist einfach schrecklich Da kannst du wenigstens hier die Fenster ein bisschen decken Oder sowas Also hier müssen wir echt einfach defensiv spielen bei denen Da können die nicht so pushen Das ist schon ganz gut Ja D.F.I., die location hat das nicht compromised 10 Sekunden, 2 Sekunden. Loading to Magazine. 5 Sekunden, dann geht's. Impact out. die doch und und die der 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 ja die schießen durch die fenster lässt das ja aber auf die kümmern zeit auf uns verlassen wir haben vorraum ist einer ja klingt so aber da schießt so einer rum schießt aber eben ehrlich das nicht vom fenster draußen also fenster draußen aber auch einer aus seine fahrstühle legt aus einer treppe eine haupttreppe seine eingetrampte meine falle ich habe den defuser hier der ist ja eine seite capital ein habt ihr noch diesen gang da ja ja genau ich bin ausgefahren worden war die tür auf in den flur oder ja kapital ist jetzt hier beim voll da ist sehr gut umgangen sind welche pink auf dem gang sauber sauber es läuft also wie ist verlängerung schon mal hart erkämpft das stimmt aber wenn man sehr defensiv verteidigt klappt es ganz gut zumindest bei dieser art gegner ja ich meine schon bei dem team ja ja wir dürfen noch mal verteidigen richtig gut und dann war so nämlich dann noch mal im jubel keiner eigentlich nicht smoke scoge ich daher nehmen wir besser weil die können weiß ich nicht da wenn du auch machen sowieso nicht also im einraum objektiv eher als in zwei runden Secure the area, keep the bombs protected Armour please Armour please Armour is blocked Thanks Thanks Ha Ha What is it? Ha Packt mit die Buchen Ich habe noch zwei Wände, ich kann noch eine oben hier, sieht man Meine Drohne hat es einen Boxspot geschafft im Raum Eine habe ich Ich habe noch eine Luke über dem Archiv mache ich ganz dicht Die hier? Ok, scheiße, was hat die hier nicht gemacht Ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr bereit So im Tunnel habe ich wieder zwei Fallen liegen Gunnar, bist du in der Glastachfalle? In der Küche bin ich Wir haben das Fenster aufgemacht Oben auf der Kellertrappe habe ich auch eine Legion Falle und unten an der Kellertrappe habe ich auch eine Und wo wird hier was aufgeschlagen? Sehr schön L.E. Eingang Die Seitentürme sind auf Da ist noch einer, da ist noch einer, ja Ding ist da unten Oh Ah, Fickern in der Küche Ding Scheiße, hab ich mich beraten Über den Tunnel kommen sie nicht, oder? Ne scheinbar nicht, aber ist egal, ich lasse meine Fallen einfach hier liegen Von wo kommen sie? Irgendeiner Küche, mehr weiß ich nicht Ok Dann könnte sie auch gleich hier auftauchen, was kriege ich dann mit Ich habe auch keine Kameras mehr Über uns, über uns ist was Ich habe dir vorstelle mir gleich die Luke auf Hallo beide Mal bei dir Ja Ja, ja, ja Welche? Hier vorne mag die, oder hinten die? Ne, die hinten, die hier nicht, die ist noch zu Dann nehmen wir Raum A Ich habe einen Legionfall unter die Luke geworfen 45 Sekunden noch Einer ist an der Luke im Glasdorfflur Die sind oben an der Luke Ja Ah, der Luke über A ist einer So, da haben wir trocken Am Automaten, hier, voll auf, wo wir verteidigt haben ist Ja, ich kann jetzt nicht da reingehen Hallo, meine Luke ist einer Ja, ich bin nicht Ja Ding ist runtergedroppt in A Südwestecke A Noch einer in A Gewonnen Jawohl Sorry Gut gemacht Die sind alle noch in den Fallen gelatscht Wo war denn der ein Schärfer? Hat diejenigen gehabt? Keine Ahnung Weiß ich nicht Ich habe keinen gesehen, der den fallen gelassen hat Vielleicht hat der Bug den auch Aber den waren okay geil Ne, da wäre er nicht rausgekommen Der war ja ein A Der kam ja raus zu B gerannt Deswegen konnte er unser Luke den wegnehmen Dieser PRD-Jack Ich denke mal jener, jener, jener den gehabt Ich Wirklich Im Moment passiert, da wäre verdächtig, wie oft die Leute auf einem HP stehen bleiben, wenn man sie anschießt Das ist sowieso überraschend oft Das ist so ein random Zufall Das dürfte eigentlich alle Jubiläare mal vorkommen Und wie oft das hier ist Das ist ja fast dauernd Ja Scheint es als wäre der letzte HP irgendwie so Besonders Defensiv Weißt du wie ich das meine? Oben sind die So? Ich glaube auch, ja Ja Okay, dann müssen wir uns was überlegen Wie greift man denn da am besten an? Am besten nicht so wie vorhin, das ist mir ganz schön schief gegangen Wir haben keinen Zscher, das ist ein bisschen blöd, sonst könnten wir über den Glasterflur gehen Fenster sind hier zu gefährlich Wir können eigentlich nur über den Putzraum versuchen, also über das kleine Office, aber das ist halt auch nicht Ja, die haben beendet, haben wir mal das Kleinen Office Das habe ich schon vergessen, ne Ja, aber der sich hat vielleicht eher die Die Innenseite Kleinen Office 2 Warum gehen wir das jetzt nicht? Wahrscheinlich haben wir zu dicht beieinander standen in der Leiter oder so Ja gut, das hätte ich vielleicht beim Spiel wieder zu schwer Eben Nase kratzen So, weiter geht's Müssen wir erstmal hier das Büro sichern, würde ich sagen, ne? Soll ich das rechte Fenster aufschießen? Ja Andere auch? Ne, warte, ich drohe mal rein Ah fuck, da ist einer Naja, da waren zwei drin vorhin Also Bandit war da und irgendwie noch einer, aber Ja Ich kann gleich die, also sie haben hier vorne die Wände verstromt zum, äh Glastach Hat sich einer gezeigt, aber ich habe ihn nicht erwischt Da ist auf jeden Fall hier Oh fuck Schnell weg Kannst du mal reinblenden oder so? Wir haben die Wand nicht verstärkt Zum kleinen Raum Geht nicht Jäger drin Oh man, hinter mir ist die Tür Oh voll was dann, okay Okay Ich habe keine Ahnung wo der ist An der Tür, ich habe ihn War Frost Ah, okay, das ist die Leiche Ich habe einen gedowned im Flur Zum Fahrstuhl hin Ich sehe ihn aber nicht mehr Ich gucke mal ob ich ihn kriegen kann Haben Schon gut, Herr Scher Wenn hier kein Haubeiner ist, weiß ich nicht Willst du decken? Es geht weiter, es geht weiter, alles gut Ja, da war, alle bei Hier ist überhaupt nicht verstärkt Ne, ich sage es ja, da ist nichts Ich war jetzt drin Da war einer Den habe ich, den Jäger am Fenster Richtung Wendeltreppe war einer Okay Ah Okay Richtung Nach links Vollbau Dexter Du plant es? Nein, 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 nein Habe ihn Sauber Ja, sauber Wir haben uns echt noch gedreht Sind wir geiler Haben wir doch gesagt, haben wir doch gesagt, hör mal Mega geil Also sehe ich da noch einen Kopf und dann Oh, in der letzten Sekunde Ich hatte dem auch am Weg darüber noch einen Ich hatte dem auch am Weg darüber noch einen Da sagte ich, dass ich gleich wieder nach rechts läuft, ne Ich konnte nur zwei Schluss mitgeben Ich sagte, ach du scheiße Sauber Das war ja ein kranker Scheiße Das war ja wirklich geil Boah, 3-0 auf 5 Alter Da müssen wir jetzt aber zwei Level aufsteigen hier dafür Boah, ich bin mit Gold 4, sauber Wir sind wieder Silber Ja Das ist so ein harter Kampf im Silberbereich, Alter Geil Ich freue mich jetzt voll Ich freue mich auch heute Ich auch Ich auch Ich habe noch einen Pack gekriegt Ich nicht Ich habe auch noch einen Pack gekriegt Sehr geil Ich müsste jetzt also zwei kriegen Das waren alles Silberleute und einen Bronzer Boah, das war gut, ey Das hätte ich nicht gedacht Das hätte ich auch nicht gekriegt Das hätte ich auch nicht gekriegt Boah Haben wir aber losgelegt Ja Ja, aber es war wieder sehr, sehr viel koordinierter als so die letzten Casual-Runden oder so Ja Ja, obwohl die Casual-Runden haben wir auch gut gespielt Aber da brauchten wir noch weniger absprechen Weil wir irgendwie immer wussten, wo jemand ist Das hat einfach gut funktioniert Ahhhh Was geil denn das? Was blaues Chemie-Kreis Für Cas Hydro-Elektrisch für Glass Was ist das denn? Alter, vor allem, wer denkt sich die Namen aus, ne? Postet mal, ich will das sehen Ja Warte, ich äh Auf jeden Fall